Hallo, wir sind von der internationalen LaRouche Jugendbewegung und treten an für die Partei Bürgerrechtsbewegung Solidarität als Kandidaten für das Europäische Parlament, weil... Weil die etablierten Parteien keine Zukunft für uns organisieren, wir die Sache jetzt selber in die Hand nehmen und eine neue gerechte Weltwirtschaftsordnung und eine kulturelle Renaissance organisieren für eine Zukunft. Wenn wir verhindern wollen, dass sich die Lage im Irak zu einem globalen asymmetrischen Nuklearkrieg ausweitet, dann muss die LaRouche-Doktrin für Südwestasien sofort umgesetzt werden. Wirtschaftliche Entwicklung der ganzen Region, Abzug der Besatzungstruppen, UN-Kontrolle und souveräne Regierung im Irak. Die LaRouche-Doktrin muss der Beginn einer vollkommenen Neuordnung der Weltfinanz- und Wirtschaftsordnung sein. Denn das globale Finanzsystem ist hoffnungslos bankrott. Die Präsidentschaftskampagne von Lyndon LaRouche in den USA ist entscheidend, damit Amerika einem neuen Weltfinanzsystem zustimmt. Wenn Sie es leid sind, sich nur über die ausgemerkelten Berliner Parteien zu ärgern, wenn Sie die Politik in Deutschland wirklich verändern wollen, wählen Sie Büsow. Wir, die Büsow und ihre Jugendbewegung haben die Ideen.